Hallo 96 Fans und herzlich willkommen zum Kabinenquiz. Die Frage an mich war, was ist denn der Song, den ich am ehesten durch höre? Atemlos durch die Nacht, Mambo Number Five oder Barbie Girl? Die richtige Antwort bei mir persönlich ist, Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer würde ich mir am ehesten bis zum Ende durch anhören. Ich hoffe, ihr habt alle gut mitgeraten. Bis bald!